Silenzium – das neue interaktive 3D-Anti-Schnarchkissen von Sissl. Seit 25 Jahren steht Sissl für höchste Produktqualität und den schwedisch-natürlichen Weg. Genießen Sie ab sofort eine störungsfreie Nachtruhe auf Knopfdruck, ohne Medikamente oder lästige und aufwendige Hilfsmittel gegen das Schnarchen. Als Experte für gesunden Schlaf ist die Marke Sissl insbesondere durch ihre orthopädischen Nackenstützkissen bekannt, die in ihrer einzigartigen Form bereits millionenfach verkauft wurden. Dank seiner Abschrägung gleitet das Sisslkissen zwischen Schulter- und Halswirbelsäule und führt diese sanft in die anatomisch richtige Position. Die Nackenpartie wird so optimal gestützt und entlastet. Ein entspannter, erholsamer Schlaf kann sich einstellen. Schauen Sie, was nach dem Einschlafen passiert. Die Zunge rutscht zurück, sobald sich die Muskeln im Rachenbereich entspannen. Durch die Luftströmung beginnt nun das Gewebe von Rachen- und Zungengrund bei jedem Atemzug zu schwingen. Sie beginnen zu schnarchen. Das Sissl-Silenzium wird nur dann aktiv, wenn die integrierten Mikrofone ein Schnarchen erfassen. Leise werden die entsprechenden Luftkammern aufgepumpt, um ihren Kopf in eine andere Position zu bringen. Diese Wendung des Kopfes erweitert den Abstand zwischen Zunge und Rachen. So werden die Vibrationen, die das Schnarchgeräusch erzeugen, abgestellt. Sollte das Schnarchen jetzt erneut einsetzen oder sich nach der ersten Bewegung nicht verringern, sucht das Silenziumkissen nach der idealen Position, indem es den Kopf Schritt für Schritt weiter dreht. Nach links bzw. rechts, nach oben oder nach unten. Ist die ideale Kopfposition gefunden, stoppt die Kissenaktivität und der Kopf wird in dieser Stellung gehalten. Eine im Jahre 2012 durchgeführte Effektuntersuchung im häuslichen Umfeld ergab eine durchschnittliche Schnarchverringerung der Testteilnehmer von 70%. Im Maximum lag diese sogar bei 95%. Alle Teilnehmer berichteten von geringerer Morgenmüdigkeit und einem ruhigeren, erholsameren Schlaf. Grundsätzlich ist Schnarchen abhängig von dem individuellen Gesundheitszustand und der körperlichen Konstitution. Alkoholkonsum, schlechte Essgewohnheiten, Stress, Medikamente sowie die psychische Verfassung beeinflussen zusätzlich Schnarchverhalten, Intensität und Dauer. Das Silenziumkissen ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 und erfüllt in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 93-42-EWG alle relevanten Anforderungen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.silsilenzium.com Sissel, the natural way of Sweden www.silsilenzium.com Musik Untertitelung des ZDF, 2020